Am 1. August pflanzten unsere neun Auszubildenden einen Ahornbaum und gaben damit den Startschluss für ihre Ausbildungstour. Zur Pflanzaktion sangen Kinder der Kita und begannen damit, eifrig den Baum zu bewässern. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, die das Pflanzloch vorbereitet und den Baum angeliefert hatten, legten dann letzte Hand an. In diesem Jahr hatte die Stadt 49 Auszubildende, die parallel in neun unterschiedlichen Berufen drei Jahre lang ausgebildet werden.